Herzlich Willkommen auf unserem Zukunftsbildner YouTube-Kanal. Hier geht es um Persönlichkeitsentwicklung, um NLP, um Kommunikation und natürlich um Zukunftsbildung, denn ich möchte dabei helfen, deine Zukunft aktiv zu gestalten. Mein Name ist Mario Grabner, ich bin Geschäftsführer von der Akademie für Angewandte Zukunftsbildung und von myNLP und A-A-Z-B steht nicht nur für die Anfangsbuchstaben unserer Firma, sondern auch für anfangen, aufbauen, Ziele erreichen und begeistern. Ich werde dich hier auf diesem Kanal unterstützen, wie du anfängst, in die Umsetzung kommst, besser kommunizierst, dich persönlich weiterentwickelst. Ich werde dich auch dabei unterstützen, wie du strategisch aufbaust, wie du lernst, was es braucht, damit du weiterkommst und auch dein Durchhaltevermögen stärkst und ich werde dir zeigen, wie du Ziele definierst und Ziele umsetzt, damit, und ist ganz wichtig, du andere Menschen begeistern kannst, andere Menschen erreichst, denn es geht immer um zwei Dinge, das Innen und das Außen, das Mindset und die Kommunikationsfähigkeit. Genau das bekommst du hier auf diesem Kanal. Scroll gerne mal durch die Videos, abonniere bitte unseren Kanal und wir sehen uns gleich.